Und das hier ist mein Bauernhaus, liebe Freunde. Ich will euch noch nicht so viel von meinem Haus 2.0 zeigen. Und das hier, ich fliege mal kurz hoch, ist meine riesen Erntemaschine. Das heißt, ich habe das gerade so gebaut, dass ich hier nur Weizen habe. Und auch auf diesem Fall. Normalerweise ist es aber so, dass ich hier oben diese Plattform mit Kartoffeln bepflanze. Hier unten alles mit Möhrchen, hier Weizen und hier Zuckerrohr. Das Zuckerrohr war besonders schwierig, weil man ja das sich einfach so abbauen kann. Das heißt, wenn man jetzt das Wasser hier fließen lässt, das Zuckerrohr stoppt mittlerweile das Wasser. Deswegen habe ich mir folgenden Plan überlegt. Ich habe noch zwei Stromkreise gelegt. Also einmal fürs Ernten, sodass alles gleichzeitig geerntet wird. Und einmal, dass das Zuckerrohr zerstört wird. Das passiert aber nicht mit irgendwelchen Pistons oder so. Ihr könnt es vielleicht schon sehen. Hier sind Dispenser drin und seit dem Update können Dispenser ja Wasser loslassen und wieder einsaugen. Das heißt, Dispenser bewässern natürlich hier alle Felder. Also dadurch, dass das fließende Wasser hier runter geht bis zum Feldrand. Ich habe das ja schon erklärt in der Minecraft-Folge. Man kann auch für Weizen zumindest unter dem Feld fließend Wasser haben und es reicht dann aus zum Bewässern. Und andererseits kann ich halt auch das Wasser wieder einziehen, sodass alles trocken gelegt wird hier. Und sobald es trocken ist, braucht es nur eine Sekunde, ich glaube eine Sekunde, vielleicht zwei Sekunden, bis alle Zuckerrohr-Dinger hier zerstört sind. Das heißt, die lösen sich dann einfach auf, weil die halt kein Wasser mehr kriegen. Und das ist einfach, finde ich zumindest, die beste Möglichkeit, um Zuckerrohr effektiv mit diesen anderen Sachen anzupflanzen. Ja, natürlich habe ich dann noch die ganzen Sachen mit Zäunen versehen, weil sonst immer die Monster drin sind und so weiter. Und das ist nicht ganz so lustig, wenn die dann alles zerstören. Und Kakao habe ich auch angepflanzt. Wie gesagt, das ist jetzt bloß für Möhren, Kartoffeln, Kakao, Weizen und Zuckerrohr. Und ich bin dran, später vielleicht irgendwann mal noch eine Maschine für automatisches Melonen-Ernten zu machen. Aber ich möchte es so machen, dass sobald eine Melone gewachsen ist, die Melone geerntet wird. Das heißt nicht irgendwas mit Timer oder halbautomatisch, sondern wirklich komplett vollautomatisch. Das geht, das weiß ich. Ist aber schwierig zu realisieren, deswegen habe ich mich auch noch nicht dran getraut. Aber das werde ich auch nicht hier machen, sondern in meinem Hydroponik-Labor in Atlantis. Ich habe auch ein Atlantis-Projekt, ja. Auch auf derselben Karte. Oh, also wenn wir auf die Druckplatte gehen, übrigens würde jetzt alles zerstört werden. Also Weizen und Zuckerrohr auf den Feldern. So, das mache ich jetzt auch nicht. Hier unten gehen wir bloß runter ins Lagerhaus. Da ist nichts weiter Interessantes. Da ist einfach bloß, ja, das Ding ausgehöhlt mit Kisten. Da kommt das Zeug an und ich stecke das direkt in die Kisten rein. Und, ja, hier ist bloß, äh, ja, so ein kleines Räumchen. So ein Arbeitsraum. Wir gehen jetzt mal hoch in die nächste Etage. Dann haben wir hier unseren Balkon, wo wir auch schön rausgucken können und uns hinsetzen können. Wir haben hier ein Gästezimmer. Wir haben hier natürlich noch eine Etage. Wir haben aber natürlich auch unser Schlafzimmer. Und wir haben dann natürlich auch den Zugang zum einzigen Bad im Haus. Wieso das einzige Bad? Äh, denkt dran, Leute, wir sind im Mittelalter. Wir hatten noch nicht so viel. Die haben sogar hier ein Klo. Das ist schon richtig modern. So, achso, hier waren wir schon. Gut. Ähm, gehen wir noch eine Etage höher. Viel Interessantes gibt es da nicht zu sehen. Weil das ist einfach bloß der Dachboden. Da habe ich auch noch nichts reingebaut. Aber, falls unten jetzt zum Beispiel mal, äh, im Keller der Lagerraum voll wird, kann ich einfach nach oben hin ausbauen. So, mehr zeige ich euch aber von dieser Richtung noch nicht. Wie gesagt, dazu kommt eine andere Aufnahme mit dem anderen Texture Pack. Mit dem Misa HD Texture Pack. Ähm, da warte ich aber noch auf das neueste Update, weil ich jetzt leider schon, so doof wie ich war, äh, ein Update gemacht habe für, was ist denn hier los? Ein Update gemacht habe für 1.3. Das heißt, äh, Quatsch, 1.3. 1.4.5. Ja, also das, äh, komplett neueste. Und, ähm, ich habe leider aber noch kein Update von, äh, dem Misa Texture Pack. Deswegen muss das noch ein bisschen warten. So, das Haus habt ihr gesehen? Ach, wir waren noch gar nicht im Garten draußen. Fällt mir gerade auf. Dann gehen wir mal raus. Also das hier ist unser, kleiner, äh, Zen-Garten mit Kakteen und Swimmingpool. Und natürlich, äh, schönen Strandliegen. Und hier unten drunter ist dann auch, wir können ja mal kurz reinspringen, unser, äh, unsere Sauna. So, wir fliegen jetzt aber mal kurz wieder zurück. Habe ich euch das eigentlich schon gezeigt? Ja gut, also das ist hier nochmal, ähm, kurz die Dachterrasse von, ähm, von dem Wirts, von dem Wirts, von dem Wirtshaus. Und hier gibt es auch immer lecker gegrillte, gegrillte Sachen. Aber heute ist nix auf dem Tisch. Ja, sorry Kumpel, da musst du wohl noch warten. So, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Ach, ich weiß. Da fliegen wir mal kurz hin. Laufen über unseren Friedhof. Viele mussten schon ihr Leben lassen. Wir haben ja echt immer mit, äh, Angriffen der Zombies und so weiter zu kämpfen. Aber, unser Leben ist vielleicht einfach, aber wir kriegen es hin. So, das hier, da bin ich relativ stolz drauf. Das ist, äh, meine kleine Kapelle. Mit Kanzel sogar. Ja? Vielleicht wird später noch irgendwie, äh, ein Pult hinzugefügt. Da könnte ich das hier auch noch irgendwie dran bauen, drauf bauen, wie auch immer. Und dann haben wir hier sogar eine Kanzel, die man betreten kann. So, wir gehen aber mal hinten raus. Und zwar geht's hier zur alten Ruine. Die jetzt aber wieder neues Leben bekommen hat durch die Dorfbewohner. Das heißt, wir sind am Aufbauen, beziehungsweise haben den Aufbau schon so gut wie abgeschlossen. Und wir schauen uns das Ganze mal vom ersten Wall aus an. Und das Schöne ist, wir haben hier auch wieder Kanonen. Also, wir befinden uns hier schon, ich würde mal sagen, in der Renaissance. Auch in dem Schiff. Und, ja. Also, wir werden immer fortschrittlicher. Die Erntemaschine ist jetzt natürlich schon Neuzeit. Aber, ihr wisst, was ich meine. Warum spielt eigentlich gerade keine Musik mehr? Ja. Wie auch immer. So, Musik spielt wieder. Ähm. Ich zeige euch die Burg. Genau. So, hier geht's einmal hoch. Und dann kommen wir hier auch. In den Thronsaal, meine Damen und Herren. Der jetzt aber noch keine funktionelle Bedeutung hat. Sondern wirklich hauptsächlich, äh, rein dekorativ. Wie das meiste in meiner Welt. Aber. Die Sachen funktionieren teilweise auch. Und ich zeige euch hier mal, was kurz unter der, ähm, unter der Burg versteckt ist. Und zwar, äh, ist der Berg Huhl. Das heißt, äh, das war hier nur eine schmale Klippe. Und ich habe hier echt riesiges Terror vorhin betrieben. Ich habe, äh, den Berg künstlich aufgeschüttet. Dass ich hier, äh, wirklich die gesamte Burg draufkriege. Die gesamte Anlage. Äh, äh, Moment. Ich fange mal an. Die Wachkabine. Für die einzelnen Wachen habe ich auch noch keinen Namen. Aber, mit der Zeit wird sich meine Community hoffentlich vergrößern. Und dann werde ich sicherlich auch Namen finden, die ich einfach hier reinbringen kann. Die müssen auch nicht irgendwie mittelalterlich sein. Dann nehme ich jeden Namen. Möchte ich mal meinen. So, hier sind wir wieder in der Küche. Hier das Personal. Hier ein Lagerraum. Und hier geht's hoch in den Schlafsaal der Burg. Erstmal hier das Abport. Manchmal hat es noch so ein paar Bugs, das Spiel. Ähm, ja, ich zeige euch das da mal von außen. Sieht von außen viel cooler aus. Und hier kann man halt sein Geschäft verrichten. Man hat hier auch, äh, ein kleines Waschbecken. Ja, und viel mehr hatten die Leute ja auch nicht. Muss man einfach so sagen. Und, äh, hier ist der Schlafsaal mit riesigem Wandschrank und, äh, natürlich beheizt. Beheizte Räume gab's auf einer Burg früher nicht so viel. Aber, äh, natürlich, das Königspaar hatte immer einen beheizten Raum. Wir gehen hier nochmal an die Etage höher. Äh, hier ist der höchste Turm. Mit, ich hab noch keinen Namen, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Sepp und Meier. Die zwei Wachhabenden. Die, äh, hier wirklich jeden Tag wach schieben und unermüdlich sind. Und, ähm, hier geht's auch noch runter. Und hier geht's, äh, wieder in den Außenbereich hinaus. Und zwar, ähm, also man kann ja einmal rumlaufen. Das muss ich euch jetzt nicht groß zeigen. Hier geht's in den Außenbereich und zwar habe ich hier eine Allee angelegt. Also ungefähr so breit wie das hier. So breit war auch der Berg. Also das hier und das hier hinten war natürlich, äh, natürlich, natürlich. Also habe ich nicht irgendwie verändert hier hinten. Aber den Berg hier habe ich schon nach hinten hin. Also das hier alles habe ich aufgeschüttet. So groß war der Berg nicht. Man sieht auch ungefähr, was ich aufgeschüttet habe. Was mich nicht weiter stört. Weil, ähm, ich finde es trotzdem noch relativ natürlich. Obwohl das Gras mich hier schon ein bisschen stört. Das müsste ich mal noch verändern. So und hier seht ihr. Praktisch das Badezimmer von der anderen Seite. Und das Ganze sieht dann so aus. Also der, der, ähm, See hier war übrigens auch so. Das hat sich ja alles nicht verändert. Und ja, das ist die Burganlage gewesen. Und ja, das ist die Burganlage gewesen.